Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Uno, Kniffel, ich spiele ein Damen-Solo. Also, keine Ahnung. Jedenfalls, ihr seid hier beim Tele-Stammtisch und wir besprechen heute den Film Spieleabend. Hier ist auch voll der Besprechungsabend. Ich bin nicht alleine, klar, denn so ein Spiele-Besprechungsabend alleine wäre ein bisschen langweilig. Denn heute ist auch Zero mit am Start. Hallo, Zero. Mau, mau, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, vorm Damen-Solo. Du hast Angst, dass ich dich jetzt voll abziehe. Jedenfalls, wir besprechen den deutschen Film Spieleabend, der am 12. Juli bei Netflix zu begutachten sein wird. Und jetzt die aller, die allerwichtigste Frage. Magst du Brettspiele, Zero? Ja, doch. Ja, eigentlich sehr gerne. Also, es fängt bei Monopoly an und geht dann bis zu Schach. Schach, stimmt, ist auch ein Brettspiel. Okay, also es klingt, du bist ein klassischer Typ dann, ne? Ja, also ich mag auch mal neuere, aber es fehlen Leute, mit denen man dann spielt. Aber doch so mal ein Monopoly-Abend oder wie gesagt Schach mal mit so einem Freund, das ist immer noch drin. Also dann doch eher, ich bin dann der Klassische, ja. Ja, klingt sehr klassisch. Und ganz ehrlich, Monopoly ist so ein Spiel, ich kenne niemanden, der jemals eine Runde Monopoly zu Ende gespielt hat. Also es ist für mich so ein mystisches Spiel immer noch. Ein mystisches Spiel, schwer auszusprechen. Hast du denn jemals Monopoly zu Ende gespielt? Ich könnte jetzt sagen, ich habe Monopoly durchgespielt. Oh, sogar durchgespielt, okay. Nee, ja, ich glaube, wir haben schon mal hin und wieder Runden zu Ende gespielt, aber meistens endet das irgendwann eh mal im Streit, gerade jetzt, indem man doch älter geworden ist und es gibt auch ein paar Getränke dazu. Ich sage mal, nach eineinhalb bis zwei Stunden wird sich dann gestritten, warum man das und dies nicht verkaufen will. Ich sage mal, es ist eher so ein Streitspiel geworden jetzt, aber es ist lustig immer. Geworden ist gut, dass du das sagst. Und es gibt ja auch die Anekdote, beziehungsweise ich nenne es Anekdote, weil ich gerade nicht 100 Prozent weiß, dass es stimmt, dass das Spiel eigentlich entwickelt worden ist, um zu zeigen, dass das eben so nicht funktionieren kann, das System mit so Monopolen und alles. Also es sollte auch nie Spaß machen. Was sollte aber Spaß machen, macht aber vielleicht nicht Spaß, darauf kommen wir noch zu sprechen, ist der Film Spieleabend. Ich habe dich jetzt zu Brettspielen ausgequetscht und quetsche dich jetzt auch direkt zu diesem Film aus. Kannst du uns und den Zuhörern denn mal sagen, um was es bei diesem Film eigentlich geht? Was ist denn die Handlung? Die Handlung ist, wir haben einen jungen Mann namens Jan und der ist gerade frisch mit seiner neuen Freundin Pia zusammen. Pia hat halt das Hobby, nennen wir es mal, mit ihren Freunden regelmäßig einen Brettspielabend zu veranstalten. Die nehmen das auch alles relativ ernst. Es gibt einen Pokal, Punkte werden alles mitgezählt und spielen halt auch mehrere Spiele. Und jetzt ist Jan an der Reihe und soll auch mal mit hinkommen. Und er steht da natürlich ein bisschen unter Druck. Das erste Mal die Freunde, der neuen Freundin kennenlernen. Und zu guter Letzt kommt natürlich dann auch noch ihr Ex vorbei, der dann auch nochmal zu allem sein Senf dazu gibt. Ja, das ist so die Synopsis des Films. Wir haben da ein Spieleabend. Wir haben ein Spieleabend. Ja, eigentlich Synopsis ist der Filmtitel. Hast du vorher einen Trailer angeguckt und falls ja, oder auch du hast dich bestimmt über den Film informiert, wie waren denn deine Erwartungen? Hattest du Lust auf den Film? Also mein erster Satz war, glaube ich, dazu, ja, kann man sich bestimmt gut drüber aufregen. Würde ich gerne mitbestrechen. Weil ich hatte mich eigentlich als erstes nach dem Trailer, hatte ich jetzt nicht so viele Anhaltspunkte, da habe ich mich über den Regisseurkotz informiert, über Marco Petry. Und der hat halt sowas gemacht wie, ich glaube auf Deutsch heißt es, meine teuflische Freundin. Das ist ein kompletter Club-Film, den finde ich richtig schlimm. Und dann hat er aber auch Schule gemacht. Und das ist halt ein älterer Film. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich fand den richtig gut damals. Und hat aber nur so seichte Komödie gemacht. Sorry, nur seichte Komödie gemacht. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, Schule. Ich habe den seit damals nicht gesehen, aber ich erinnere mich irgendwie, dass der nicht so eine typisch deutsche Komödie, zumindest wie man heute vielleicht eine deutsche Komödie, sich vorstellt, sondern dass der auch ein bisschen tiefer ging und seine ruhigen Momente hatte. Und irgendwie eine schöne Zeitkapsel war für das Gefühl von Freundschaft damals. So ist meine Erinnerung an Schule. So habe ich den auch abgespeichert. Und halt ein guter Film mit Axel Stein. Und ja, das war alles so in meinem Kopf. Aber ich dachte eher so, okay, Seiten und die Neuransachen sind alle so seichtere, infantile, Humor. Das kann mir schon richtig scheiße werden. Und so bin ich reingegangen. Und Axel Stein ist auch wieder dabei. Axel Stein ist auch mal wieder dabei. Und der ist ja in letzter Zeit nicht gerade für mich ein Garant für jetzt richtig gute Comedy geworden. Nach den letzten Netflix-Ausflügen. Aber okay, dass ich mich vorher informiere, ist ja klar. Aber warum hast du denn Bock auf Spieleabend gehabt? Ich habe auch, also erstmal fange ich an vorher. Wir wissen ja, ich informiere mich gar nicht über Filme, weil ich meine Erwartungen möglichst null halten möchte. Und ich bin tatsächlich auch ein großer Spiele-Fan. Und ich mag auch Spieleabende sehr gerne. Und ich denke immer, ja, mal gucken, was da so draus wird. Und ich hatte einfach Bock, mir, ich gucke auch im Prinzip nichts gegen deutsche Filme, weil ich ja wie gesagt offen bin. Und habe einfach Bock gehabt, einen Film über einen Spieleabend zu gucken. Mal zu gucken, wie gehen die damit um? Welche Spiele werden dann da behandelt? Und deswegen habe ich mich vom Namen einfach leiten lassen. Und was ich jetzt gerade zum Drehbuchautor sagen wollte, was ich dann im Nachhinein rausgefunden habe. Der Drehbuchautor Claudius Pläging, der hat auch der Vorname geschrieben. Und den fand ich auch ganz gut, den fand ich unterhaltsam. Weiß jetzt nicht, wie arg man den jetzt ins Gewicht legen soll, weil das ja eine Geschichte ist, die in ganz vielen Ländern verfilmt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vorname da der erste war. Ich vermute es aber nicht. Aber auch hier wieder nur gefährliches Halbwissen. Deswegen kann ich nicht sagen, wie tief jetzt seine Schöpferkraft hier tatsächlich war. Und er hat auch der Nachname geschrieben, den ich noch nicht gesehen habe, von dem ich mir aber nur schwer vorstellen kann, dass der noch ähnlich gut war. So viel jetzt zu dem Drumherum. Wir haben schon gesagt, Axel Stein spielt mit. Es spielt auch Janina Use mit. Oder hier, es waren ganz viele dabei, von denen ich dachte, ach, die habe ich ja schon öfter gesehen in deutschen Filmen. Also Janina Use ist die Pia, also die Protagonistin. Und Dennis Moyen, spricht man den so aus? Dennis Moyen? Ich habe auch lange überlegt, ich glaube, ja. Ja, den kennt man natürlich auch. Oder auch Anna-Maria Mühe habe ich alle schon gesehen. Stefan Luca braucht man. Ich glaube, das sind alles, also mir hätten die Namen, wenn ich die jetzt so hören würde, in einem Podcast gar nichts gesagt. Aber ich glaube schon, wenn man ein paar deutsche Filme gesehen hat, dann kennt man die meisten Gesichter eigentlich daraus. Oder wie geht es dir? Also ja, Janina Use war ja auch bei der Vorname dabei. Also in der ganzen Triologie ist es, kommt jetzt, glaube ich, jetzt kommt ja noch einer, der Spitzname. Wirklich? Ja, der soll sogar dieses Jahr rauskommen. Zumindest steht da 2024 dabei. Aber wen wir jetzt vergessen haben bei der Aufzählung, den kennt man auf jeden Fall, Edin Hasanovic. Der spielt ja den Alex und ist auch so, auch doch mit ein kleines Highlight für mich. Also wie gesagt, Edin Hasanovic, der könnte einen Baum spielen, ich würde es mal angucken. Er ist halt einer der deutschen Schauspieler, die sehe ich halt wirklich sehr, sehr gerne. Wo hast du den am liebsten her? Also welcher Film springt dir da in den Kopf, wenn du an ihn denkst? Ganz natürlich jetzt schon Oscar prämiert. Im Westen nichts Neues. Oh, den habe ich immer noch nicht geguckt. Da war, das ist so ein, ja, ich glaube, der ist auch richtig gut, aber das ist so ein Film, da muss man die richtige Stimmung für haben, auf jeden Fall. Das ist kein gute Laune-Kino. Ja, es spielt auch noch mit, wo ich hier so den Cast vor mir stehen habe, auch noch Max Brettschneider, der spielt Kurt. Und du fandst ja, du meinst Edin Hasanovic, der könnte auch einen Baum spielen und du findest ihn toll. Und die Rolle von Kurt, das ist so viel, sag ich mal gesagt, die ging mir so krass auf den Sack. Das ist so ein, in jedem Film ist so eine Rolle das Allerschlimmste, was ich in modernen Filmen sehen kann. Warum? Da können wir jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Also hier, der Jan, der geht mit seiner neuen Freundin Pia zu dem Spieleabend mit. Und wir erfahren schon, Jan ist nicht nur, hat mit Spielen nicht so viel zu tun, sondern der Spieleabend ist auch von Freunden gehalten, die ein bisschen mehr betucht sind. Im Film wird öfter gesagt, sie haben im, was ist der, im Monopoly des Lebens, im Spiel des Lebens gewonnen, im Monopoly des Lebens gewonnen. Und da entsteht auch schon so eine Kluft. Und da sieht man im Trailer schon direkt, ja, okay, hier ist viel Konfliktpotenzial. Und da kommt schon ein, also du hast schon gesagt, die spielen mehrere Spiele. Und das ist für mich als echter Spieler, da kommt schon ein großer Kritikpunkt. Und ich weiß, das ist jetzt völlige Haarspalterei. Aber die spielen an diesem Spieleabend vier Spiele oder so. Ich habe noch nie, noch nie einen Spieleabend gehabt. Und die treffen sich ja erst abends, ist ja schon dunkel. Wo man so viele Spiele hätte schaffen können. Und da ist, die spielen als erstes Activity und dann spielen sie noch Elfer raus oder so. Und dann noch Trivial Pursuit und dann noch eins. Also das ist schon, das ist völlige Fiktion, die wir hier sehen. Das ist völliger Wahnsinn. So viele Spiele kann man doch nicht schaffen an einem Abend, oder? Und vor allem, die haben ja noch eine Unterbrechung, spielen dann nochmal Tischtennis zwischendurch. Ja, nackt, wir spielen nackt Tischtennis. Da hat der Film leider auch verloren. In dem Moment brach er für mich so etwas. Also bis zu dem Punkt war ich dabei, das ist super gut, interessant. Aber bei dem Spiel dachte ich mir so, okay, wir gehen wieder als Infantile. Und da hat er mich nicht mehr ganz so gehabt. Aber vorher hat er dich noch, weil das Tischtennis passiert ja erst so im hinteren Drittel, würde ich sagen. Ja, ja, das ist so kurz nach der Mitte, wie du sagst, hintere Drittel. Vorher war ich wirklich so, ich so, okay, die Mannspiele haben, ich kann mir das gut vorstellen. Du gehst als neuer Freund in eine andere feste Gruppe. Okay, der Kurt, der hat mich jetzt auch genervt, aber war mir jetzt nicht ganz so wichtig dann. Ich fand ihn halt, den Jan, selber so, ja klar, da passieren viele Sachen. Wenn du einfach mal angesprochen hast, wie das irgendwie ein Vogel wegfliegt oder irgendwas anderes, was dumm passiert. Hätte man mit normalen Gesprächen ganz normal klären können, es ist ein Film, passiert da leider nie. Aber ich konnte mich da schon gut reinversetzen, dass da ein Spieler ab ist, du bist da neu und du willst ja dann auch nicht irgendwie umsonst Stunk machen, weil es sind ja die besten Freunde deiner neuen Freundin. Und dann denkst du dir, okay, guckst du erst mal abtasten. Und dann kommt der neue Freund. Ja, das konnte ich alles noch mitgehen, aber dann wurde es halt durch den neuen Freund, allein da schon, wurde es so ein bisschen in die Richtung, der Ex-Freund, der kleine Ex-Freund. Meist du, oder? Und da war schon der Punkt so, das war jetzt so unnötig. Und ah ja, dann hat sich Axel Steinsfigur auch noch verändert in so eine Richtung, wo ich denke, ach, das ist auch nur ein schlechter Abklatsch. Und wir dann das Nacktisch-Tennis-Spiel, das hat Deckel drauf gemacht. Da dachte ich, okay, Leute, jetzt habt ihr mich leider ganz verloren vor. Da dachte ich, okay, jetzt denke ich, nicht mehr so okay. Aber genau, wie du schon sagst. Also wir haben hier ein paar Klischees. Also erst mal kommt dieser Ex-Freund dazu, dass es nicht mehr im echten Leben gefußt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der Anspruch von diesem Film und vielleicht auch von einer bestimmten Art von deutschen Komödien erst recht nicht. Aber das ist halt, du guckst dir den Trailer an und du weißt einfach, was in diesem Film passiert. Dass dieser Ex-Freund dazukommt, dass die reichen Freunde eigentlich lieber diesen völlig Klischee abklatschen. Der Ex-Freund ist Zahnarzt, er weiß alles. Dass sie den eigentlich lieber hätten, das fand ich total albern. Dann, was du gesagt hast, dass Jan viele Dinge nicht anspricht. Das ist ja auch so ein Trope im Film, dass künstlich Konflikt erzeugt wird. Das fand ich auch doof. Wobei ich hier kurz sagen möchte, dass ich Janina Uses Rolle, also Pia, die fand ich da recht sympathisch und da entgegenspielend, weil sie immer sehr auf Jans Seite war am Anfang. Also sie, da war jetzt nicht sowas, wo man plötzlich künstlich, dass sie rüberschwenkt und gegen ihn ist. Das konnte ich irgendwie noch nachvollziehen. Und so ein Anschlatschopf, der von mir angesprochene Kurt, der spielt, er wird schon eingeführt so, ja, der ist eigen. Du wirst es sehen, wenn du ihn triffst. Und so ein, das ist so ein Mensch, den gibt es in echt nicht. Der ist nur geschrieben, um hier irgendwelchen Quatsch zu machen. Das ist so ein Mensch, der diesen aktuellen Meta-Humor unterstützen soll. So jemand, der dauernd sagt, so that happened. Oder, boah, hat er nicht gerade zu dir gesagt. Oder, du, der hat dich gerade beleidigt. Das ist so ein Meta-Off-Kommentar-Mensch, der mir so auf den Sack ging und der mich so genervt hat. Und das ist so ein Humor, der trifft mich einfach überhaupt nicht, sondern findet dich im Gegenteil noch richtig abstoßend. Und wie du schon sagst, also bei mir war es nicht erst beim Tischtennisspiel so, wo eben diese zwei nackten Männer quasi um die Frau spielen, sondern eben vorher schon, als dieser Ex überhaupt dazukam. Und ganz ehrlich, Axel Stein hat ein paar gute Rollen, aber hier spielt er auch so aufgesetzt. Und schon von seiner ersten Szene an kann man den nicht leiden, fand ich. Und was man im Trailer schon sieht, deswegen kein Spoiler. Er ist ja dann irgendwann, zieht sich so zurück und sagt, okay, ich bin nicht mehr Oliver. Ich bin jetzt Uganda, der allmächtige König der Elfen. Und fängt dann halt an, irgendein Videospiel zu spielen. Und unterbreche mich ruhig. Ich fühle gerade, dass ich in so einen Monolog reinrutsche. Dann machen die sich nämlich nicht nur über Videospiele lustig. Und zwar auf so einem Niveau von vor, keine Ahnung, 15 Jahren. Dann habt ihr nicht gecheckt, wie wichtig Videospiele sind und wie ernst man die nehmen kann. Und dass das nicht nur noch so Nerds spielen, sondern sie machen sich auch total, das ist mein Gefühl, da bin ich gespannt, was du gleich sagst, total über Leute lustig, die Spieleabende machen. Oder? Ja. Ja, warte. Ich denke gerade drauf rum. Ja, aber das fand ich noch auf dem Niveau okay, weil sie sich ja dann über sich alle selber auch mitlustigen. Also die dann den Spieleabend da machen. Und dann, die übertreiben es ja. Das sind ja nicht normale Leute. Also ihr steht da ja wahrscheinlich auch nicht und sagt mir, wir müssen unbedingt alles gewinnen. Natürlich will man bei jedem Spielabend, will man auch, man will nicht verlieren, braucht man nicht spielen. Will aber auch Spaß haben. Und ich nehme es halt zu todernst. Und dadurch hat mich das gar nicht so, ja, abgefuckt. Aber wie du sagst, das mit dem Gaming, ey, das ist so Klischee aus den 90ern. Ey, das brauchte man nicht. Und ich verstehe das auch nicht, weil das sind ja auch jetzt keine Darsteller, die jetzt alle 40 Jahre alt sind, die auch, glaube ich, im Leben sind, die auch wissen, Gaming ist ein Ding, das macht man auch mal abends zum Entspannen. Und da fand ich, dass da nicht irgendwie einer am Set gesagt hat, Leute, das ist jetzt zu viel, das ist drüber und veraltet. Das war auch einfach No-Go heutzutage für einen Film, der halt die Masse ansprechen will, ist das eigentlich komplett falsch. Ja, und Masse, also die Deutschen sind eine der wichtigsten Märkte, nicht nur für Videospiele, sondern auch für Brettspiele. Die Deutschen spielen einfach wahnsinnig gerne. Und deswegen war ich so neugierig auch auf den Film, weil ich dachte, ach, wie cool, weil ich mich irgendwie an keinen Film gerade erinnern kann. Es gibt bestimmt welche, aber so moderne, wo es richtig um Brettspiele geht. Also du hast, klar, so Klassiker, du hast schon gesagt, Monopoly, Schach, okay, Schach ist jetzt ein Uraltspiel. Wir haben moderne Sachen, Siedler von Katar, Zug um Zug, Carcassonne, die ganzen Sachen, Ska, Doppelkopf oder Elver Rausschübel, Pursuit hier. Die Deutschen lieben Quizspiele, sie gucken sich immer noch die Quizsendungen im deutschen Fernsehen, sind total krass beliebt hier, gefragt, gejagt, wer wird Millionär. Und deswegen finde ich, dass man durchaus hier eine große Zielgruppe hat, weil sehr viele Deutsche eben spielen. Und da kann man doch eine modernere Brille aufsetzen. Und das ist ja nicht nur bei den Videospielen nicht, wie du schon gesagt hast, sondern irgendwie auch bei den Brettspielen nicht. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen. Man hätte allgemein den Spieleabend besser aufziehen können. Jetzt ohne groß zu spoilern, aber am Ende kommt noch ein leichter Twist, in der Komödientwist, da kommt ein leichter Twist, der sich halt um ihren Ex dreht und um Oliver, also der Figur von Axel Stein, wo ich mir auch dachte, ja, aber das ist kein Twist, den man jetzt nicht erwartet hätte, weil den merkt man, glaube ich, auch beim Gucken sehr schnell. Und da dachte ich mir auch so, Leute, warum? Spiel doch einfach ein paar Spiele. Ein paar neuere wären schön gewesen, vielleicht was Neues vorgestellt hätten oder vielleicht sogar genutzt hätten als Werbeplattform für irgendein Neuspiel, was rauskommt. Ey, das wäre perfekt gewesen. Es hätte keinen genervt, dass du da so eine Werbung mit reinmachst. Oh, das weiß ich nicht, ob mich das genervt hätte. Das hätte schon, das wäre dann so offensichtlich, ach, deswegen existiert dieser Film. Ich glaube, das hätte mich schon ein bisschen genervt. Wir haben ja hier, was ja auch witzig ist, ist, dass eben, wie heißt der Jan, der aus einer anderen Schicht kommt, eben ein Trinkspiel da mitbringt. Das war schon ganz nett. Du hast hier in Anführungszeichen die Oberschicht, die eben diese klassischen Spiele spielt, wie eben Activity und Triple Pursuit oder Elfer raus auch. Und dann kommt er eben und bringt dann dieses irgendwie, man muss einschätzen, wer am ehesten, keine Ahnung, sich ins Koma saufen würde oder so Therapy-mäßig. Und solche Spiele, weiß man ja, die sind eigentlich auch der Untergang. So wie du meintest, Monopoly, da wird immer was offengelegt und das kann nur im Streit enden. Das ist vielleicht ganz nett, dass sie da so verschiedene Arten von Spielen reingebracht haben. Aber ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt ein neues Spiel da als Werbung reingebracht, aber zumindest modernere Spiele. Ich meine, es gibt das Kennerspiel des Jahres, Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Da hätte doch irgendwas noch dabei sein können, was aktuell durch die Dämmen geht. Wenn ich ganz, ja, verstrackt, vertrackt, vertrackt nachdenke, könnte man ja auch, es gibt ja Nebenplot um einen Vogel, auch sagen, vielleicht ist ja auch noch so ein kleines Fang oder Schnitzeljagd mit am Start. Dann haben sie da noch mal ein Außen-Outdoor-Spiel mit dabei. Aber das ist ganz weit hergeholt. Ja, so was. Ja, so Geocaching oder keine Ahnung. Oder Pokémon Go meinetwegen auch, obwohl das ja auch schon veraltet wäre. Aber da gibt's ja, gibt's genug, hätte's genug Alternativen gegeben. Ich meine, jetzt hier, Siedler von Katarn ist auch schon uralt, aber es wird trotzdem noch gespielt. Und das sprechen sie ja wenigstens kurz an und machen diesen kleinen Gag von, dass er eben sagt, ja, Siedler von Katar, ha, 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 ha. Fand ich, kurz fand ich das auch tatsächlich. Ja, das ist halt, oh Mensch, das ist wie bei so vielen Netflix-Filmen. Ich glaube, der hat immer eine sehr gute Idee. Ich glaube, die wollen gar nicht so eine Kack-Filme machen. Aber irgendwann verlieren die sich da drin. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten die doch mal Leute einstellen, die sich auch mit den Themen, über die sie schreiben wollen, ein bisschen mehr auskennen, als da mal vielleicht zwei Artikel drüber gelesen haben. Weil so kommt's einem immer vor. Das ist schade. Ja, okay. Du hast jetzt schon angedeutet, Kack-Film und schade. Das heißt, wir haben hier schon unsere Meinung so reinfließen lassen. Was ich gut fand von dem, was du gesagt hast, ist, dass man hier das Gefühl hat, dass dem Film eigentlich egal ist, um was es geht. Also, dass er sich nicht informiert hat über die Spiele, sondern eben so schnell angelesenes Wissen da abkaspert und abfrühstückt und nicht die Chance nutzt, da jemanden reinzunehmen, der da irgendwie Expertenwissen mit reinpingt. Würdest du aber sagen, dass es für diesen Film eine Zielgruppe gibt, dem er diesen Film empfehlen könnte? Ja, ich glaube schon. Wer wirklich, der Humor, der geht halt, wie vorhin schon ganz am Anfang gewesen, doch wieder leicht ins Infantile. Es gibt dann noch mal ein paar Nackt-Gedei-Jokes da. Wie gesagt, die spielen halt Nackt-Tisch-Tennis. Und vielleicht, wer auf sowas dann steht, der ist da, glaube ich, besser aufgehoben und wer halt nicht so auf Storytelling achtet. Ey, Leute, schlag zu, das ist toll. Und halt auch wie, es sind halt alle schon sehr abstruse Figuren. Also jeder Charakter für sich ist jetzt komplett nicht die Norm. Aber die sind schon sehr abstrus geschrieben und dargestellt. Wer das unterhaltsam findet, der kann da bestimmt auch was mit rausziehen. Ja, also du meintest ja auch tatsächlich, du hattest Lust, den Film blöd zu finden und fandst ihn dann aber trotzdem gut am Anfang. Das heißt, irgendwas muss er ja auch zumindest zu einem Teil auch ganz okay und dann unterhalten gemacht haben. Okay. Die Freundschaft zwischen Edin Hasanovic und Dennis Mohen, also Jan und Alex, die fand ich sehr gut. Die haben für mich gut zusammengepasst. Die haben auch, guck mal, Dennis hat halt so einen Fahrradladen und Alex arbeitet auch irgendwie mit. Und die haben, finde ich, eine gute Verbindung zusammen. Die fand ich ganz interessant, was die machen. Und dass sie auch so ein bisschen tollpatschig sind. Den Humor, der hat mich gut mitgenommen. Also da, da habe ich gesagt, okay, ja, davon mehr. Das war okay, aber es ist halt die Nebenhandlung, die komplette Nebenhandlung. Es ist halt nicht der Hauptplot. Okay. Ja, auch die haben mir nicht so gut gefallen. Ich mochte tatsächlich ganz, ganz gerne am Anfang die, also die zwei, das Paar Jan und Pia, die fand ich irgendwie ganz süß. Und auch im Film, dass sie so zu ihm steht, das hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, auch um mir selbst die eigene Frage auch zu stellen. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt was für Spielefans. Das haben wir hier jetzt klar besprochen. Es geht eigentlich nicht um dieses Thema. Es ist vielleicht was für Fans, die sich den Trailer angucken und genau schon wissen, wo das hinläuft. Denn es ist nach Schema F gespielt. Die Bock haben auf so eine deutsche Komödie mit bekannten Gesichtern. Ich denke, dass man dann hier nicht wahnsinnig viel falsch machen wird, wenn man eben weiß von sich, okay, diese Art von Film mag ich. Die sind auch solide erzählt, sind wieder knallbunt alles. Inszenierung, Kontrast hochgedreht, keine krassen sonst Experimente in der Inszenierung. Aber also wie du auch sagst, storytechnisch, da muss man wirklich gar nichts erwarten. Manche sind wie dieser Kurt, sind so schrecklich platt und schrecklich überhaupt, fand ich sowieso, von der Geschichtsentwicklung und dieser Figur generell. Auch wie Jan sich dann irgendwann verhält. Klar, dem ist es halt alles irgendwann zu viel. Aber ja, auch von mir. Generell, wenn ihr solche Filme mögt, ja, guckt euch den gerne an, dann macht ihr nichts falsch. Aber Leute, die ein bisschen mehr Erwartungen an eine Geschichte stellen, die werden hier nicht denken, die werden hier nicht, wenn man mit dem Anspruch rangeht, okay, vielleicht ist es ja mal eine gute deutsche Komödie und anders. Nein, das ist sie nicht. Die ist nicht anders. Die ist genauso, wie ihr es haben wollt. Das ist die, das ist eine Capri-Sonne, wenn ihr euch einfach auch eine geile Limonade in einer großen Flasche kaufen könntet. War das jetzt eine gute Metapher oder nicht? Ich habe gerade keine Spiele-Metapher gefunden. Das ist das, Mensch, ärgere dich nicht, der Filme, so ein bisschen. Es ist immer das Gleiche. Es gibt keine Überraschung und so richtig Spaß macht es eigentlich auch nicht, oder? Ich glaube, das passt sogar, ja. Mensch, ärgere dich nicht ist das Spiel. Ja, doch, das ist das Mensch, das Filmische, Mensch, ärgere dich nicht. Ey, das Ding schreibe ich mir nachher auf. Das finde ich richtig gut. Okay, super. Dann würde ich sagen, können wir ja eigentlich schon zum Ende kommen. Fazit haben wir schon reingebrezelt oder möchtest du noch mal was loswerden dazu? Ja, ich möchte eigentlich was Positives noch sagen. Das fällt mir halt leider auch immer mehr schwer. Ich bin auch ganz ehrlich, vorher war ich Positiver eingestellt, aber ich muss dir bei vielen Punkten ja wirklich leider recht geben, die in der Nachbetrachtung deutlich jetzt schlechter wegkommen. Ja, es ist ein, es ist. Oh nee, das ist ja doof. Das heißt, eigentlich fandst du den Film ganz okay und ich habe dir jetzt malig geredet. Nein. Das ist auch doof. Also da können wir eigentlich sagen, Hirn aus und dann ist er besser und nicht so viel nachdenkt. Wenn ihr wie Sven seid, kein Hirn habt, dann läuft der Film. Nein, ich hatte ihn vorher schon als unterdeutschlichen Film, gesehen, aber jetzt sehe ich ihn noch deutlich schlechter, weil da viele Punkte sind, die ich gar nicht dann so durchdacht habe, wo ich aber sage, ja klar, das ist nochmal deutlich schlechter dadurch. Aber wie gesagt, man hat bestimmt, wie du es sagst, mit Kopf aus, kann man glaube ich bestimmt ein paar gute Minuten da rausziehen. Im Großen und Ganzen macht der nichts anderes, wie du es aber auch schon gesagt hast, als die anderen deutschen Komödien, die es schon zu tausendfach gibt. Wer die alle feiert und das auch cool findet, der soll auch mit dem Film Spaß haben. Wir wollen das ja keinem vermiesen. Habt auch damit Spaß. Es ist nicht die größte Filmkunst, es wird nichts Neues versucht, aber wer drauf steht, ach komm, shit happens. Leute, wer Netflix hat, guckt sich den doch sowieso an. Also guckt euch den kurz an, wenn ihr nach 30 Minuten, 20 Minuten sagt, nee, dann macht einfach weg. Dann macht einfach weg und guckt irgendeinen besseren Film über Spiele. Zum Beispiel fällt mir gerade jetzt keiner ein. Egal. Ich werde im Nachhinein drüber nachdenken und vielleicht habt ihr eine gute Idee, die ihr jetzt in die Kommentare reinhauen könnt. Ich informiere mich fürs nächste Mal drüber. Wir haben hier jetzt zu zweit einen Spielebesprechungsabend gehalten über den Film Spieleabend, der ab dem 12. Juli bei Netflix zu sehen sein wird. Es gibt noch viel mehr Besprechungen von uns. Die findet ihr auf stehle-stammtisch.de und überall, wo es Likes gibt, könnt ihr auch euren Senf dazugeben, Likes geben oder eben auch Kommentare gerne auf Social Media. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich verabschiede mich hier kurz. Ich war Schlogger, habe ich meinen Namen eigentlich irgendwann mal genannt. Nee, sehr unprofessionell. Genau, Schlogger war ich. Mich findet ihr auf schlogger.de oder im Schloggershop könnt ihr meine Bücher auch finden. Aber ich will hier gar nicht so groß Werbung dran hängen. Liebe Zero, sag du doch bitte das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Mir bleibt eigentlich auch nicht viel dazuzufügen. Ich würde noch reinhauen. Leute, wir haben jetzt auch so einen richtig schönen Community-Discord-Server. Da könnt ihr auch mit reinballern. Macht richtig Spaß. Da haut auch Schlogger oder ich vielleicht mal irgendeine Antwort rein. Ja, verlinkt uns mal und mal gucken, was wir da so zusagen. Ja, wir eure Meinung teilen oder euch richtig runtermachen. Ich bin jetzt auch schachmatt und sag auch einfach nur, äh, schön. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.